So, ich glaube wir sollten uns hier verkrümeln, wenn hier ein Golem rumrennt. Ich finde es aber interessant, dass jetzt auf einmal Mythologie von Golems hier kommt. Ich kenne die bisher nur aus Filmen und Serien. Man hat aber auch gesehen, auf seiner Stirn waren so Symbole eingraviert und das ist typisch für einen Golem. Kann ich hier mit allen reden? Ist das klug? Musst du das jetzt jedem erzählen? We pay them not to see us, but not enough to ignore these kinds of shenanigans. And what else are you gonna tell them, moron? Your home address? Shut it and pack up. Drahtseilakt. Die Schmuggler haben Polizisten dafür bezahlt, auf ihre Patrouille in einem Bogen um die Speer zu machen. Aber sie werden sie nicht für immer ignorieren können. Illegale Fracht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was auch immer in den Kisten ist, ist höchstwahrscheinlich illegal. Da oben. Straßenlaterne. Krass. Eine der wenigen Lappen in der Gegend, die noch funktionieren. Die Polizisten, die unter der Straßenlaterne stehen, scharen mit den Füßen. Ja, sie ignorieren die Schmuggler, weil sie von ihnen bestochen wurden. Es konnte ja niemand ahnen, dass die Sache so viel Ärger verursachen würde. Wenn es so weiter geht, werden sie tatsächlich etwas gegen die Schmuggler unternehmen müssen. Ich weiß nicht, wie klug es ist, jetzt mit Polizisten zu reden. Nein. Beide mit einem Säbel. Lelik. Wähler's. Okay. Ich brauche also erst Lelik. Und den anderen, machen wir dem überhaupt Schaden? Ja, dem machen wir Schaden. Wenn das keine besondere Fähigkeit ist, die ihnen Schadenminderung gibt, dann können wir ihn ja angreifen. Alles andere wäre komisch. Aber... 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 Ah, wirklich viele Blutungen. Äh... stackt sich. Hätte gern Willis. Und knimmt sich mal den hier vor. Den haue ich. Verliehen halt jetzt glaube ich jedes mal Leben. Wegen dieser Blutung. Drei, vier. Wir müssen hier echt aufpassen. Dass wir nicht daran sterben. Das glaube ich schon mal passiert. Oh nein. Der wird jetzt auch noch Leben. Okay. Ja, wir verbluten. Aber ich habe Willis. Können die mal aufhören? Heilen sich hier die ganze Zeit. Das ist ja ätzend. Weiß da mal bitte rein. Einer muss jetzt hier mal sterben. Kann nicht sein, dass sie sich hier immer heilen. Nois. Zweimal Verteidigungsab. Wollt ihr mich roffeln? Wieso glitzert denn der jetzt so? Er ist wieder full life. Das sind deren einzigen Fähigkeiten gerade. Was sind die irgendwie unterbrechen hier? Das geht ja gar nicht. Das ist ja... Der muss mal fallen hier. Danke. Guck mal, ob der sich jetzt hier die ganze Zeit heilt. Stimmt, Opel wäre auch eine Maßnahme. Ah, noch Leben wäre ganz gut. Boah, 20. Will er es. Heute los. So nett. Ah, der hat noch zu viel Fokus. Jetzt hätte ich versucht, seinen Skill zu unterbrechen. Tja, da ist er gefallen. Ätzend, wie die sich die ganze Zeit gegenseitig geheilt haben. Ah, okay. Aber wir müssen jetzt hier nicht alle Polizisten K.O. schlagen, damit wir hier wegkommen. Äh, nicht so in meinem Interesse. Ich wundere nicht, wir werden nur gucken, ob es hier noch was gibt. Scheinbar nicht. Nicht, dass wir dann Erfahrungspunkte übersehen. Wäre nicht so cool. Oh. Ich hätte vielleicht doch mit denen reden sollen. Bukla-Watsch. Und Opia. Okay. Dann fangen wir mit Bukli an. Bukla-Watsch. Freunde, die haben alle Fragezeichen-Skills. Das macht mir Sorgen. Den müssen wir brechen. Uh, das tut weh. Okay. Okay, auf jeden Fall mal wieder zurückkommen. Auf weh, das glaube ich. Obwohl, der fällt doch eigentlich nur tot um. Hm, dann müssen wir jetzt auch mal durch. Schwerte machen mehr Schaden als Kanonen. Okay. Den hau ich eine rein. Und du kloppst den hier. Teamarbeit und so. Oh, das war auf die Nase. War schon mal fünf Blutungen. Ei, ei, ei. Oh, das war nice. Ich glaub schon. Geht doch. Geht doch. Ja, da wäre genau das passiert, was ich eigentlich nicht wollte. Aber wir verkrümeln uns wohl mal schnell. Nicht, dass noch mehr kommen. Oh, oh. Alle Gunnen sind rein. Geht doch nicht, dass du deinen Magik-Buch kommst. Fania's Pistole hat einen sehr sensitiven Trigger. Als er bewegt, wird er seine Gehirn weggeblüht. Chief! Wir machen unser Bestes, nicht zu haben, Vania shoot you in the head. All right. All you have to do is tell us where Svetlana Petrovna is. Tod. Tod. I'm afraid Svetlana is dead. Are you sure? She went down with a boat and didn't resurface. Lie. Victor, Victor, I'll be honest with you. That woman was a Gordian knot. I know that she spent years compiling all sorts of compromising material against the Tars government. She was a traitor. We were observing her, but she managed to get everything out of her apartment. I need to know if her knowledge could threaten the security of the nation. Yeah, Puli. As far as I know, all Svetlana secrets went with her to the bottom of the Vistula. Should we take him to the citadel chief? No, Vanya. Geh doch tauchen. Ey, wenn man die Wahrheit erzählt, ist man doch nur für den Arsch. Chris. Ähm. Okay. Ich hab erstmal andere Fragen. Ah, ja. Wer mir vertraut. Ich hab' ihm auch gesagt. Würdest du mir glauben, wenn ich dir gesagt habe, dass dein Vater nicht ihr vertraut hat? Nein, ich würde nicht. Quid pro quo, Chief. Wo ist mein Vater's Grimoire? Schau es in den Stenistovs Zirkel von alten Freunden. Menschen, die sich an der missenden Grimoire nehmen können. Ich bin auch gefährlich. Du wirst ihn umschauen. Ich hab' ja auch das Gefühl, je länger wir hierbleiben, desto schlimmer wird's irgendwie. Aber ich will keine Zeitung übersehen. Auch sehr klug, so dunkle Spiele am Morgen zu spielen, wo die Sonne aufkillt, und man da nix mehr sieht. Ah. Okay, wir gehen. Bevor, bevor es noch irgendein Polizist über den Weg rennt und sagt, oah, genau dafür. Gehen sie nach Hause. Wo krieg ich hin? Ich hab' was Geisterhaftes gehört. Das ist ein Grasso. Ähm, woher weißt du, wo ich wohne? Nein. Nein, ein Gollum. Ich bin Angst. Die Gollum hat sie? Du kannst das sagen. Die Gollum hat sie verletzt, indem sie die Ruf über die Tür verletzt. Svetwana hat sie verletzt, um zu verkaufen andere Menschen's secrets zu verletzten. Secrets können verletzten. Willst du wissen, was sie mit mir verletzt hat? Schwierig, ich würde es gerne wissen, aber auf deiner Seite ist es moralisch nicht korrekt. Du möchtest nicht, jemanden mit nichts zu verletzen, oder? Nassistisch. Natürlich nicht. Wie ich dir gesagt habe, ich will die Welt meine Wahrheit sehen. Ich will die Annihilation von vielen menschlichen Menschen. Aber auf meiner eigenen Seite bin ich wie Cassandra. Ich werde mich nicht auf den anderen Seite bringen. Aber mit Svetwana und du an meiner Seite, niemand wird in einer Wahl, aber in mir das glaubst. Ich bin enttäuscht. Die Frage ist, kannst du den Bord, den sie auch hat? Wir kommen doch schon mit vielen Sachen klar. Ich habe wirklich eine Menge an meinen Augen. Mein Vater's secrets. Seine Erlösung der Erlösung. The Ochrana And now A Golem I think I can bear this too If it lets me get rid of the other problems Hmm Can you say which secret of Svetlana's you mean? She had a whole chest full of them That wasn't in the chest And now it's only in my memory Will you tell me what this is about? Not here, no Get some rest first At our next meeting At the Narajinskis It's safe there For now Thank you for stopping by We'll see you again soon, my friend One more question Might this Golem cause you any trouble? I'm sure I'll find out soon Hmm We were on off Reisen He's that miracle worker I was writing to you about The one who helped me return to my senses Not completely, I think Given that you brought him with you He just came to see me I owe him a lot It looks like he knows you better than I do What makes you like him so much? It's how he talks and His eyes They unsettle me And he smells Haven't you noticed? I can still smell him here I can only congratulate you on having friends like that First Nyejits Now a gloomy hermit And ladies of the night Have started hanging around outside the windows Are they also friends of yours? The men, where we came from, have all been stunked Who are those women? Who is Victor? Prostitutes Women of easy virtue Daughters of Corinth Courtesans, Moths, Hookers, Floosies I've been seen two girls around here recently They stand out on the street And peek into our windows Maybe Abaurese is playing a prank This can wait Ligia I'm really dead on my feet But there's one more thing we need to have a word about I wonder What? I don't know yet Did you know that someone sent a golem after our family? A golem? The kind from Jewish legends? This one was very real It destroyed half the port while it was trying to kill me Port Praga? Are you alright? What were you doing there? What were you doing there? What were you doing there? I helped Svirtwana She wanted to flee The country I can't believe it I can't believe it Do you know what forces you're playing with? You know full well who she is Who she was Sorry, what? Svirtwana is dead She was just setting off on a lovely voyage When a golem appeared And Svirtwana is dead We're finished They'll put us both in prison What will become of us? Ne, den Onkel will ich nicht mit reinziehen Maybe it's time for bed Uh, da ist irgendwas Was there anyone who very openly disliked father? More than you? Touché Did he know some sort of Thaumaturge who might have been out for revenge? Or did he mention a coterie to you at any point? Did he meet up with other Thaumaturges? As far as close friends I think you already know That's a dead end And he never introduced a Thaumaturge to me You haven't experienced anything unusual recently? Nothing so remarkable Given I'm living with a Thaumaturge You think there's any way I'd have let a golem slip by me? How long have you known your chief? What does that matter? So you knew he worked for the Ohrana? Yes You'd have found in the end anyway But he asked me not to tell you right away What? I understand that each of us has various relationships We're tangled up in But I think we should start talking about them more often Agreed I'll only add that a contact like him is very useful in business I'm guessing he knows how to arrange contacts for you I'm sure he often invites you to all sorts of soirees and receptions, right? I don't always accept It seems like we've each got our own miracle worker I know who he is And I treat him very cautiously Plus we've already established that you don't report to me about your acquaintances Besides it was Papa who introduced him to me all those years ago What's the real reason we're talking about him for the second time this evening? Äh Ich hab ein paar Mal ihn gesehen I saw him once more At Port Praga And what was he doing there? Does he have anything to do with the Gollum? Was he there because of the lady in waiting? You were the last one to see before she died? Theoretically No, I've had enough Don't say another word I desperately need to be alone right now Where are my cigarettes? Oh, no, girl Stop smoking Akt 2 Wer nicht verliert, der nicht gewinnt Geh schlafen Das kann ich Schlafen kann ich, glaube ich, ganz gut Wir fahren eigentlich immer noch nicht beim Schneider, ne? Ai, ai, ai Entdecke den Ursprung des Fluchs des Golems Der Traum ist surreal Oh, wir sind zuhause Aber es sieht alles kaputt aus Irgendwas lacht am Hintergrund What a... What a... Well, what don't I see? Maybe you could give me an answer this time What don't you know? Why did you let a rat like Koniechkin into our home? Now he's dogging Ligia and me Were you working for him? Did you start informing on your customers for him? A fool's theory Why is the golem pursuing our blood? Why is the golem pursuing our blood? You've not just put me in danger, but Ligia as well Who did you hurt so much that the golem was aiming to? Hold on Hold on It succeeded, didn't it? That's what killed you That's what made the building fall on you Who inflicted this punishment on you? What for? And how the hell do I lift it? Everything I've done Was with your children in mind I've heard it all before For our good, I know Thanks a lot I definitely didn't ask for a blood curse Are you finally going to say something? You've wasted your time I left you all the answers You just have to find them Where am I supposed to look for them? In the black grimoire, which I nearly got from you? In that case, where is it? Who was it? Your friends? Your country that you hit even from your lover? Who are they? What were you planning? You possess everything I had I have left you everything you need Come back here! I'm not finished with you yet! Uncooler Traum